ob das die falsche insel ja die müssen schon passen so ich bin wieder hier wieso dreht unser schiff denn weil ich lenkung vollgas angeschlagen da ist noch eine kiste da sind noch mehr kisten dann nimmt ihr doch mit kann zwar bloß eine nach der anderen weißt du gar nicht ich glaube ein bisschen noch auf verdacht oh no dead allison höchst hm hm ich feigte grad mit ihm tot na wenn es Spaß macht gelbbeutel kommission erhalten kommission erhalten hm 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 haben wir denn hier hebel benutzt woho was geht denn hier feines auf äh äh cool ja ich hab den hebel benutzt gegen die tür auf hm cool ähm hier ist ein rätsel ok ah warte mal das zeichen ist da also das t mit dem haken habe ich schon mal von so eine sichel mit dem punkt gibt es ja nicht doch habe ich so und was ist das letzte mal schauen ob das funktioniert am ende hm ich komm zu dir hm ja wo hast du den hebel benutzt ach die ist mit den drei punkten wo bist du überhaupt nein der hülle verdammt warte ich komm doch mal raus muss ich oben hin oder unten hier ist der eingang hier wo ich stehe ist der eingang hier wo ich stehe ist der eingang wo ist denn du ach da drüben komm mal wieder vorwärts zum strand aufschlangen hm mhm da war alles leer ne oh warte mal hier ist noch ein zeichen ritual ritual das gibt es aber hier auch ritual das hier ist irgendwas aufgegangen oder so hier sind die zeichen es sind aber vier zeichen das ist der witz was für zeichen brauchst du äh erstes zeichen v zweites zeichen m äh äh da sind fein noch mehr also v gibt es hier nicht scheiße ist es vielleicht hier gibt es sowas ähnliches wie das da dieses zeichen es ist andere habe ich jetzt nicht nicht gesehen nein nein ach Gott ach da ist ein Hebel hm und dann ist es so ein T noch ja das gibt es da nicht ja das T gibt es hier nicht das T gibt es hier nicht das T gibt es falsch aber da ist auch ein Zeichen da drüben hm nein 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 stopp mal stopp mal stopp mal stopp mal auf jetzt so 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 einmal Das ist doch irgendwo Hier sind auch noch Zeichen Es gibt mehr Es muss ein Muster geben, welche Zeichen gemeint sind Gold Warte mal, wir haben doch sowas wie Notizen Ketizen Oder ist das eine Mission hier? Dennoch müssten wir herausfinden können wie das funktioniert Warte mal, auf die Kisten steht V Doppelpunkt P Dieses V Als erstes geht das aber nicht, das geht nur in der Mitte Der steht hier auf alle Kisten mit diesem V Ok, es muss auf jeden Fall irgendwo jetzt ein Gleichnis geben Irgendwo kann man das ablesen Auf den Kisten sind alle Zeichen An den Wänden sind viele Zeichen Bei dem V, bei dem M steht was drunter Bei dem, bei dem steht was drunter Da steht auch was drunter König, fortfahren Ich diene meine König, äh, Flameherd Lang lebe Captain Flameherd Captain Flameherd Okay, das ist auf jeden Fall alles mit Herzen Hier auch Da oben ist er abgebildet Ungefähr zumindest Lord Vorbereitungen sind abgeschlossen Ähh Die aschgrauen Lords werden Emporstein König Flameherds Armee wird zurückkehren Hör Hört Du hast mich aus der Dunkelkeit zurückgebracht Wanda, mein Herz ist dein Ich werde dich niemals verlassen Hm Und wo war das andere Symbol jetzt? Da vorne mit dem M Haps 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 Achso, du musst jetzt Kombination Nummer 2. Mann, ich verklick mich die ganze Zeit. Warte, ich helfe dir. Hey, da muss ich glaub irgendwas rein tun. Oder ging irgendwas auf? Nee, war hier nichts auf. Wollen wir vielleicht irgendwas übersehen? Ja. Ja. Was machst du? Oh, Fischer killen. Steht das Schiff dran oder kommt es zu uns? Ja. Das steht, glaube ich. Ja, ich sehe eh nichts mehr. Hier ist dunkel. Ja, ich würde sagen. Abfahrt, das bringt so nix. Und mal schauen, ob das funktioniert, was ich da vorhabe. Äh. Ja, das habe ich da hinten gefunden. Ja, das habe ich da hinten gefunden. Ah, anhängen. Cool. Ja, unser Schiff hat ja kein Ruderboot. Aber ich weiß halt nicht, ob das da hinten dran bleibt. Ja, müsste. Ich tue mal den Kopf runter, dass der da oben nicht so leuchtet. Okay. Hm, ja. Oh, oh, oh! Bleibst du hier, Anker? Ähm, wo wollten wir genau hin? Tschüss Ruderboot. Also, es funktioniert nicht. Äh. Ach genau, ja. Äh. Da waren wir jetzt. Wir haben das geholt. Und jetzt können wir es eigentlich wieder verchecken. Gut, du peilste Lage. Hm. Ja, ich versuch's grad. Zeigen wir von dahin. Wo ist da noch einer näher? Ja, hier oben, der ist näher. Nach Norden? Ja. Noch ein bisschen nach, äh, links. Also, da müssen wir nicht hin. Oh. Da kriegt man wahrscheinlich das Leuchtezeug her, was die anderen alle sagen. Ja, aber... Ich möchte ja nicht auffällig umherfahren. Das meint, warum bei uns alle Lichter am Schiff, äh, aus sind? Ja. Ich find hier kein Gold. Haha. Sehen wir noch auf Kurs? Guck mal. Ich find hier kein Gold. Sehen wir noch auf Kurs? Ja, so halbwegs, ne? Ja, so halbwegs, ne? Ja, halt, ne, wir müssen nach rechts, nach rechts, nach rechts! 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 Viel weiter rechts! Wir müssen nach Norden! Da ist er doch! Da ist er doch! Da ist er doch! Ja, da ist er doch! Ich hoffe, dass wir irgendwann mal in diesen blöden Sturm fahren können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe das links gelenkt. Ich wollte, dass ich gerade am Ding stehe. Ich habe mal ein bisschen Gas. Wir sind zu weit weg. Gibt es wieder Gas? Nö. Nö. Oh oh. Dann machen wir mal das Schiff leer, oder? Oh. 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 Okay, das war's. praktisch so noch haben wir müssen gas geben wir willen den blöden sturm endlich rein daneben wo verkaufe ich denn die güter die handels dinge also die vorne haben es mal nicht wo es denn schon kommt taverne will es auch nicht trevor will es auch nicht weil es muss ja eingeben für diese nahrungsmittel der will das bestimmt haben naja ich nehme es wieder mit aufs schiff warte mal hier sind ja auch welche ja hier vorne direkt am schiff ja munitionskiste ich habe so eine fischkiste nimmt der bestimmt auch nein habe ich probiert hier probier dann haben wir noch gewürze und exotische seite könnte sein dass es der klamottenmacher oder so war was ist noch drin eigentlich ach das ist auch eine kiste glaub für uns dann haben wir noch gewürze handelsbund haben wir alles vertickt also wie schaut es jetzt aus können wir endlich mal abfahren nein das mal oben da ist sicher nichts wie soll denn wir schon wieder so viel barseite geben haben wir jetzt alles verkauft ja nahrung zum kochen bin ich ach das ist der herd ach den habe ich gar nicht gesehen der ist immer unter wasser kann ich ja doch nahrung kochen ja so und da war schon gebrauchen wir wie soll ich denn da noch ausschütten ja weil es äh sturmt na gut da müssen wir jetzt raus in den sturm hinein oh scheiße oh scheiße mein kompaskreisel mein kompaskreisel mein kompaskreisel